So, da sind wir wieder, liebe Zuschauer, und wir werden uns jetzt mit einer Kamera beschäftigen, mit der man auch telefonieren kann. Genauso können wir anfangen. Das hast du schön gesagt. Nein, wir fangen tatsächlich an mit unserem niegelnagelneuen und jetzt endlich lieferbaren Business-Smartphone, unserem SPX28. Wir haben vor der Sendung schon ein bisschen gespielt, und was mich an dem Smartphone wirklich absolut fasziniert, ist nicht nur, dass ich Technik auf dem neuesten Stand habe, sondern ich habe auch eine 8-Megapixel-Kamera integriert. Wir haben ein paar Fotos gerade eben gemacht, die sind einfach schi-unglaublich. Ja, du hast wirklich auch dieses große Display, ne? Das ist ja das, was mich so begeistert. Du hast wirklich ein tolles, großes Display, auf dem du alles sehen kannst und dann wirklich wunderschön, schauen Sie mal, ich habe ja natürlich jetzt schon drauf getatscht ein paar Mal, aber das ist wirklich ein Riesendisplay, wo wirklich die Fotos auch in brillanter Qualität dann gezeigt werden. Also ein echtes HD-Display, 1280x720 Pixel Auflösung, das ist nämlich gerade beim Fotografieren total genial. Dann kann ich mir nämlich zum Beispiel Bildausschnitte auch richtig groß zoomen, um das zu anfangen zu pixeln. Gleichzeitig natürlich auch toll, weil ich mit 5 Zoll Displaygröße natürlich richtig Überblick habe. Das heißt, egal ob Sie jetzt im Internet surfen, egal ob Sie sich navigieren lassen wollen, geht ja auch. Alles das mit 5 Zoll natürlich ein absoluter Traum und dank dieser ultra genialen Display-Technologie haben Sie hier definitiv auch wesentlich weniger Fingertapper drauf als normal, weil wir haben eine ganz spezielle Oberflächenbeschichtung, die eben dann die Tapper nicht mehr so ganz stark zum Tragen kommen lässt. Das ist ein richtig wunderschönes Smartphone, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin total davon begeistert, auch wirklich von der Rückseite. Das fühlt sich super schön an, in diesem matten Schwarz, ganz, ganz toll. Also es macht richtig Spaß. Ja, unglaublich ist, und da kommen wir jetzt gleich drauf, schauen Sie mal das Display hier, die Auflösung, das ist der absolute Wahnsinn. Und dass diese Kamera wirklich exzellente Fotos macht, das wollen wir Ihnen jetzt gleich mal zeigen. Jetzt werde ich die Kati mal so ein bisschen beim Studium ihres Smartphones fotografieren. Und das ist einfach sagenhaft, was hier an Bildqualität rauskommt. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Wir haben da ein paar Effekte mit reingearbeitet schon. So sieht das dann aus, wenn ich Kati hier absolut top fotografiert habe. Ich kann das natürlich dann auch groß ziehen. Und genau da kommt jetzt nicht nur die 8 Megapixel Kamera, sondern auch das Display zum Tragen. Schauen Sie sich das mal an. Egal, wie groß ich aufziehe, Kati bleibt nicht nur so, sondern auch auf dem Foto total scharf. Also das ist wirklich eine absolut geniale Sache. Und wir haben einen LED-Blitz integriert. Das heißt, Sie können natürlich auch jederzeit abends telefonieren oder in der Nacht. Und diese klassischen Rotaugen-Effekte, die lassen sich aufgrund der ganz einfachen Bildbearbeitung auch mit rausarbeiten. Und wenn man sich das mal anschaut, was hier alles möglich ist. Wir haben nämlich ein komplettes Bildbearbeitungsprogramm hier schon integriert. Dann haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, hier unterschiedliche Filter einzusetzen. Die kann man dann hier mal durchscrollen. Dann gehen wir hier einfach mal auf ein bisschen weniger Farbe. Sie haben dann auch noch die Möglichkeit, Sättigung, Kontraste, alles das komplett zu verändern, wie Sie es sich vorstellen. Schwarz-Weiß-Option. Also eigentlich eine richtig professionelle Digital-Kamera. Das heißt, ich kann das Bild dann richtig direkt am Smartphone bearbeiten und das ist da direkt alles mit drauf? Ganz genau. Kann es mir dann passend auch abspeichern. Ich kann mir zum Beispiel jetzt hier dann unterschiedliche Ausschnitte rausnehmen, kann ein Foto nachbearbeiten. Also das alles, was ich normalerweise mit einem klassischen Nachbearbeitungsprogramm zum Fotografieren mir dann irgendwie draufladen müsste, das ist hier auch schon komplett mit drin. Das ist ja super. Das ist wirklich toll für den Urlaub auch und für zwischendurch auch für diese Selfies, die man jetzt immer macht. Den kann man sich direkt fotografieren, kann das Bild dann lustig bearbeiten und man kann hier auch Rahmen drum legen, sehe ich gerade. Man kann tatsächlich sogar Effekte machen, dass das Bild eigentlich aussieht, als ob es schon 30, 40, 50 Jahre alt wäre. Also Schwarz-Weiß-Optik, vielleicht wollen Sie einfach mal von einer süßen Feier ein Foto einfach mal nachher verschicken. Geht ja mit so einem Smartphone heute auch ideal, denn Sie sind ja sofort auch ans Internet angebunden und können dann natürlich alle Fotos jederzeit überall hinschicken und das ist das Tolle. Smartphones in dieser Größe, in dieser Leistungsklasse kosten normalerweise zwischen 600 bis 700 Euro. Auf jeden Fall, das ist ja wirklich auch toll von dem Display, so groß, ist wirklich wunderschön. Da machen bestimmt auch die Videoaufnahmen richtig, richtig Spaß drauf, wenn du das dann aufnimmst. Hast du mit dem Smartphone schon telefoniert, Kathi? Ja, ich hatte das schon. Ich habe draußen gesessen, wie man gerade sieht, und habe dann ein bisschen damit telefoniert, weil auch wirklich die Klangqualität wirklich sehr, sehr gut ist. Also es macht wirklich Spaß. Genial finde ich auch, wenn Sie das vielleicht schon seit Jahrzehnten machen, es gibt ja diese ganzen großen Kataloge. Quelle gab es, Otto etc., allem drum und dran. Das ist natürlich immer so ein Riesenschinken, den man dann nach Hause kriegt. Das können Sie heute über so ein Smartphone natürlich auch alles in aller Ruhe durchblättern. Es ist einfach toll, was mit so einem Smartphone heute geht. Was ich aber, du hast überhaupt nicht genug bekommen, mit wem hast du noch telefoniert? Also das Geniale ist, dass ich... Mit meinem Bruder. Ah, mit deinem Bruder, ist klar. Das Geniale ist, dass ich in diesem Smartphone, und da sind wir eigentlich weltweit die Einzigen, die das anbieten können. Ich kenne jetzt einen Hersteller, der das als absolutes Novum anpreist. Ich habe hier die Möglichkeit, zwei Mobilfunkkarten reinzupacken. Und da wird es in dir jetzt hochinteressant. Das heißt wirklich, entweder halt meine normale und meine Business oder auch für den Urlaub ist das ja super, wenn ich ins Ausland fahre. Eben, holen Sie sich im Ausland einfach einen günstigen Prepaid-Tarif, so wie die heißen, und packen Sie den ins Gerät rein. Toll finde ich auch, dass wir die Rückseite des Gerätes mit so einer Softlack-Beschichtung haben. Das greift sich unheimlich gut, das ist sehr widerstandsfähig und sieht natürlich toll aus. Hier sehen Sie jetzt auch mal diese 8-Megapixel-Kamera mit dem LED-Blitz hier oben. Das ist eine Wucht, dieses Smartphone. Ja, wirklich, wirklich wunderschön. Guck mal, ich habe mal so einen Rahmen drumherum gebastelt jetzt um mein Bild. Ich habe das ein bisschen bearbeitet in der Farbe, sodass der Hintergrund wirklich gar nicht mehr aussieht wie unser Studio-Hintergrund hier. Und habe dann mir so einen lustigen Rahmen noch da drum gelegt, da sieht das Foto gleich ganz, ganz anders aus. Es ist natürlich genial, dass ich so ein Smartphone heute in allen Bereichen einsetzen kann. Zum Beispiel unser Live-Programm im Internet verfolgen. Vielleicht haben Sie ab und zu mal Lust, bei uns reinzugucken, auch über Smartphone. Dann geht das auch perfekt. Sie gehen dann einfach nur über den Browser auf www.pearl.tv. Und abgerundet wird dieses ganze Smartphone natürlich mit dem weltweit weit verbreitetsten Betriebssystem, nämlich mit dem Betriebssystem Android. Was haben Sie da für einen Vorteil davon? Erstens mal, Sie brauchen keine Bedienungsanleitung, denn das Smartphone ist absolut selbsterklärend. Kannst du nur bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Und das Zweite ist, wenn Sie Musik, Daten, Informationen oder Fotos von Ihrem PC, von Ihrem Windows-PC auf das Smartphone laden wollen, brauchen Sie nicht extra wieder irgendein Programm, sondern hier geht das ganz einfach. Denn Windows und das Android-Betriebssystem vertragen sich, als ob die sich schon seit ewigen Zeiten kennen würden. Und das finde ich ganz toll. Und wenn man unterwegs ist und telefoniert, natürlich auch dann die Möglichkeit hat, sich jederzeit überall hin navigieren zu lassen. Und das finde ich auch sehr toll, denn ein normales Navigationsgerät hat heute 5 Zoll Displaygröße. So haben wir hier auch. Aber wir haben gleichzeitig noch ein komplettes Smartphone mit drin. Und mit dem Navigationssystem ist das Einzige, was Sie machen können, navigieren. Aber ganz bestimmt nicht telefonieren, ne? Nee. Hier ist das alles möglich. Ich finde es einfach genial. Und wenn Sie sich navigieren lassen wollen oder wenn Sie einfach im Wald unterwegs sind, telefonieren wollen, vielleicht nachher die Richtung nicht mehr wissen, dann können Sie sich ganz einfach navigieren lassen. Und das ist wirklich toll gemacht. Und es gibt diese sogenannte Google Maps. Das ist kostenlos und das ist wohl mit das genaueste und aktuellste Navigationssystem, was es überhaupt gibt. Da können Sie dann hier die ganze Landkarte drehen, je nachdem, ob Sie im Osten oder im Westen sind, Informationen haben wollen. Und können das hier auf dem Display alles natürlich auch richtig groß aufziehen. Was heute mit Smartphones möglich ist, ist ein Traum, ne? Ja, da ist wirklich alles dann drin. Also dein Kalender ist ja auch drin. Das ist immer wichtig, dass man wirklich die Termine dann alle abspeichern kann. Natürlich die ganzen Kontakte. Dann hat man seine ganzen Bilder. Man spart wirklich die ganzen Geräte. Früher war das ja immer so. Du hattest dein normales Mobiltelefon. Dann brauchtest du einen PC. Dann brauchtest du eine Kamera. Dann brauchtest du vielleicht noch eine Videokamera extra. Und hier ist wirklich dann alles in einem Gerät. Also wenn Sie es haben wollen, es ist jetzt endlich lieferbar, dann sollten Sie zugreifen. Denn für unter 230 Euro ist das ein Knaller. Ich möchte Ihnen auch mal zeigen, dass man hier sehr nah fotografieren kann. Ich habe mal gerade eben meine Sauklaue fotografiert. Auf meiner Moderationskarte. Und da steht was drauf. Und da ist Sim Valley SPX 28 drauf. Das habe ich jetzt mal aufgenommen. Schauen Sie mal, wie gestochen scharf diese Sauklaue bei Ihnen zu Hause auf dem Fernseher jetzt ankommt. Das ist wirklich genial, weil ich natürlich auch ganz toll mit diesem unglaublich tollen Objektiv Nahaufnahmen machen kann. Stell dir mal vor, in der Natur draußen. Soll ich dir sagen, was ich immer mache mit dem Telefon? Zum Beispiel, wenn ich irgendwo irgendein tolles Rezept sehe in irgendeinem Buch oder in einer Zeitschrift oder so, dann fotografiere ich das ab. Oder auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin und denke, ah, du musst noch irgendwas kaufen oder so. Dann mache ich auch, damit ich dann das nicht vergesse und wirklich das richtige Produkt kaufe, mache ich immer ein Foto davon. Und dann habe ich das immer direkt dabei. Was natürlich auch genial ist, das haben wir Ihnen gerade bei Google Maps gezeigt, Sie können ja alle die Ansichten vergrößern. Das geht mit zwei Fingern. Sie gehen aufs Display drauf und ziehen die beiden Finger auseinander. Und dann vergrößert sich natürlich auch das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und das ist natürlich zum Beispiel für kleine Informationen genial. Gerade so, wenn Kathi sich so ein kleines Rezept abfotografiert hat, dann kann die wirklich alles vergrößern. Schauen Sie, man kann das wirklich, also ein normales Foto jetzt von mir zum Beispiel, das kann ich ja dann hier ins Detail richtig, richtig groß ziehen. Das ist wirklich super, weil da kann man wirklich, wenn man halt was abfotografiert hat, wie ein Rezept zum Beispiel, kann man das dann groß ziehen und das ist wunderbar. Das geht ganz, ganz einfach. Und man braucht es nicht mehr abschreiben mit der Hand. Kommt auch noch dazu. Sie kriegen natürlich auch eine ganze Menge Speicherplatz drauf, denn eine passende Micro-SD-Karte und die bieten wir Ihnen gleich noch an. Die passt hier mit bis zu 32 GB Speicherplatz rein. 3 GB sind für Betriebssysteme und all die Dinge schon vorinstalliert. Und das nenne ich echt mal ein Smartphone. Aber nicht für 600, 700 Euro, sondern für 229,90 Euro. Und das alles für dieses traumhafte Smartphone. Aber es ist ein wunderschönes HD-Display und wenn da ein Kratzer draufkommt, dann ist das Geschrei groß. Deshalb sollte man wirklich das Display dementsprechend schützen und da gibt es ja diese tollen Schutzfolien zu. Ganz genau. Original-Hersteller-Qualität von Sim Valley passt auf ein tausendstel Millimeter perfekt auf das Display drauf. Ja, hier oben sind extra diese Aussparungen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Hier oben sind diese kleinen Aussparungen, wo halt wirklich Mikrofon und so weiter alles sitzen. Die werden dann perfekt hier dann angepasst an das Display. Selbst anhaftend. Das heißt, es klebt tatsächlich von selber. Sie können es immer wieder ablösen, wenn Sie sich vielleicht mal beim ersten Einsatz verklebt haben. Kein Thema. 4,66 Euro. Das ist ein absoluter Knüller. Die Bestellnummer ist die HZ 2235 und die 569. Oh, 4,90 Euro. Entschuldigung. HZ 2235 und die 569. Bestellen Sie es bitte gleich dazu. Dann ist das Display nämlich perfekt geschützt. Und wenn Sie den Rest des Smartphones auch noch schützen wollen, dann haben wir noch was für Sie. Nämlich unsere Sim Valley Handy-Tasche. Und die sieht auch super genial aus. Denn da ist alles komplett geschützt, was ich brauche. Ich klippe das Gerät einfach nur ein. Die ist super flach, die Tasche. Und gleichzeitig habe ich ja eben alle Aussparungen. Sieht das nicht schick aus? Und die ist hier wirklich ganz weich mit diesem schwarzen Samt beschichtet. Das heißt, wenn ich die dann zumache, geht die perfekt aufs Display. Und wir haben hier wirklich diesen kleinen Magnetenverschluss. Sehen Sie das? Der schnappt automatisch dann zu. Und das Telefon ist wirklich optimal geschützt und sieht natürlich auch noch edel aus. Wirklich sehr schön. Die Sim Valley vorne noch eingeprägt. Hier in Echtlederoptik. Wunderschön gemacht. Und Sie sehen es hinten, ganz wichtig, Kamera und der Lautsprecher unten natürlich noch ausgespart. Das bedeutet, Sie können natürlich hier alles auch in der Schutztasche nutzen. Wie auch Laut- und Leiseknopf und den Homebutton. Alles das geht. Was darf sowas kosten? Wir sagen 16,90 Euro. Wir haben wirklich so tolle Preise für Zubehör. Weil wenn man sowas wirklich außerhalb kauft, ist es so, so teuer. Solche Preise normalerweise. Ja, wenn man da wirklich eine schöne Schutzhülle haben möchte, wie diese hier in dieser Echtlederoptik. Und dann mit so einem schönen Samtbezug. Das Perfekt passt wirklich mit den Aussparungen. Da ist man super schnell sehr viel Geld los. Absolut, aber eben nicht bei uns. 16,90 Euro, Original von Sim Valley und natürlich perfekt zugeschnitten auf das SPX 28. Das heißt nicht jetzt irgendeine Handytasche besorgen, die nachher irgendwo beißt oder kneift, sondern hier haben Sie wirklich die perfekte Tasche natürlich dann fürs Smartphone gleich mit dazu. Wir liefern Ihnen das ja alles nach Hause. Denken Sie dran, Sie bezahlen bei uns nur ein einziges Mal Versandkosten. Das Smartphone kommt sowieso versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Liegt über 150 Euro Waren wert. Und wenn Sie die Tasche jetzt noch dazu bestellen, dann sind Sie ganz schlau. Denn für 16,90 Euro werden Sie die sonst nirgendwo kriegen. Hier ist die Bestellnummer. Die HZ 2240 569. So, das heißt, wir haben jetzt unser Smartphone wirklich mit der Schutzfolie perfekt geschützt. Wir haben natürlich die perfekte Tasche dazu. Und was Sie jetzt noch benötigen, das haben wir gerade schon gesagt, ist eine passende Speicherkarte. Und die bieten wir Ihnen auch noch an für ganz, ganz, ganz kleines Geld. Und zwar ist das eine 32 GB Speicherkarte. Also, ich empfehle immer, reizen Sie gleich den ganzen Speicher aus auf dem Smartphone, der möglich ist. Dann haben Sie nämlich wirklich genug dabei. Und das Schöne ist, dass Sie jederzeit bei uns die Micro-SD-Karte sollte einmal voll sein, die wieder rausnehmen können und natürlich eine andere reintun. Das heißt, Sie haben eigentlich beliebig viel Speicherplatz. Ja, aber bei 32 GB, da passt ordentlich was an Fotos. Passt ordentlich was raus. Und allem drauf. Also, da kann man ordentlich was dann auf sein schönes Mobiltelefon holen. Bestellen Sie es gleich dazu. Dann kommt nämlich ein schönes Perl-TV-Paket zu Ihnen nach Hause. Da ist dann das Smartphone drin, da ist die Schutzfolie drin, da ist dieses traumhafte Case mit drin. Und natürlich auch die Micro-SD-Karte. Und die bieten wir Ihnen auch für kleines Geld an. Denn für unter 28 Euro, nämlich 27,90 Euro, ist das wirklich ein toller Preis. Es ist nämlich eine Class 10. Das heißt, also Aufspielen der Daten und Runterlesen der Daten geht ratzfatz. Und dann haben Sie die passende Speicherkarte auch gleich mit drin. Und dann sollten Sie jetzt einfach nur noch eins machen, nämlich anrufen bei uns. 080 51 51, dreimal die 2. Oder eben im Internet, geht ja auch, ne? Ja, www.perl.tv. So, also ran ans Telefon, bestellen, solange wir was da haben. Es ist nämlich jetzt endlich lieferbar, unser SPX 28. Ja, das ist mal schnell vergriffen, aber es ist ja auch ein tolles Telefon. Also, warum soll ich 700 Euro ausgeben oder nur um es günstiger zu kriegen, mir einen Vertrag an die Backe packen, wo ich dann jeden Monat wieder noch mehr Kosten habe, kaufen Sie es bei uns vertrags- und Simlog frei. Das heißt, Sie können Ihren bestehenden Vertrag benutzen. Tolle Sache, wie immer bei uns. Und ja, ab in 48 Stunden können Sie dann auch schon telefonieren. Wir wünschen viel Spaß damit. Danke fürs addressing. Dann.